So, da sind wir gleich wieder und müssen jetzt die Daten geklauen. Datenklaue, zappen mit einer Iris, nicht Singularitäten an, um Daten herunterzuladen. Ok, machen wir. Können wir gleich machen, jetzt muss ich einfach schauen wo. Wo, ach, wo sind echt die, wo sind echt die, die Daten Terminals? Gehen wir schauen. Ich muss Ausschau halten, anscheinend, nach diesen Totenköpfen hier. Ja, jetzt muss ich einfach alles absuchen, oder wie? Oder steht da irgendwo auf Terminals? Du siehst aus, als könntest du eine We- Hier, Crenboy, der Ba- Ne, steht nicht. Na ja, Crowboy. Bleiben Sie sicher. Bleiben Sie drin. Bleiben Sie in Verbindung. Muss einfach nach diesen Totenköpfen schon halten. Aber... Weiden Sie Strassen. Gruppen sind gefährlich. Meiden Sie Gruppen. Weiden Sie mit hollicher Bewegung und schlechte Gesellschaft. Klinge! Demonstrationen sind ein Werkzeug des Terrorismus. Ich will nicht luten. Aaaaaah! Ja, ja, was ich echt in die Toten kämpfen... Aber benutzen kann ich ja die nicht, oder was? Mal anschauen. Miras App. Eine Tarnung und ein Sniffer. Iris, bitte Miras Tarnung aktivieren und Sniffer einschalten. Die Heimagentin Zoe? Ich gebe es ja ungern zu, aber... Das ist schon aufregend. Okay, da meldet sich Mira. Deine Iris hat mich gerade angepingt. Deine Vitalwerte sehen normal aus, also vermute ich meine Software hat keine bleibenden Nervenschäden verursacht. Bisher. Um Himmels Willen. Jetzt pass mal gut auf, Süße. Das ist kein Zauberstab. Du kannst nicht einfach damit rumwedeln und... Naja, im Prinzip ist es doch ein Zauberstab. Wenn du das Ding aktivierst, sucht es nach verborgenen Netz-Singularitäten. Je näher du einem sicheren Zugangspunkt bist, desto stärker ist das Signal. Du erhältst visuelle und akustische Indikatoren. Sobald du nah genug dran bist, kannst du eine direkte Verbindung herstellen, dich einloggen und mit dem Download deiner Daten beginnen. Bleib nicht zu lang an einem Ort. Nutze mehrere Zugangspunkte, sonst finden dich die Schnüffler vom Syndikat. Kann's losgehen? Moment, ich weiß nicht, ob ich... Komm wieder her, wenn du die Daten hast, dann entschlüssel ich sie für dich. Und vergiss nicht, Kutria, wenn sie dich schnappen... Ich hab deinen Arsch noch nie gesehen. Das zeigt mir doch an, ich will nicht richtiger sein. Das zeigt mir doch gut, daher. Beobachtet Sie, damit Sie es nicht tun müssen. Helfen Sie uns, Ihnen zu helfen. Bleiben Sie drin und leisten Sie allen Anweisungen des AI unverzüglich folgen. Oh nein. Oh jetzt. Das ist nicht der. Paruti hat mich gebeten, die heruntergeladenen Daten auf diesem Krypto-Stick zu speichern. Oh, das habe ich abgestellt. Aber... Was war das hier? Oder was? Das kann mir etwas werden. Da habe ich jetzt herausgefunden, wie das funktioniert. Was ist das? Ah! Hey, Haltkarte! Ah! Ah, jetzt ist es rot. Ah! Kann ich Sitz machen? Ah! Moment. Ah! 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 Wenn ich das hier oben an schaue, ist es dann rot da vordrauf. So, gut, jetzt muss ich etwas machen. Oder nicht? Ich komme nicht noch. Ich komme echt nicht noch. Ich bin noch näher. Ich bin noch näher. Meiden Sie Gruppen, bleiben Sie sicher drinnen an Ihrer Dream Machine. Keine Ahnung, wie ich das mache. Jetzt sind es noch andere Punkte. Ich bin noch nicht geblieben. Das ist ein Widerstand. Keine Frage. Oh, jetzt ist es noch Dave. Wieso sehe ich jetzt wieder kein Ding? Jetzt habe ich doch vor die... Ah, meine Güte, meine Güte. Wieso, wieso tut es jetzt da weg? Wieso habe ich jetzt kein Ding mehr? Verzuschauen? Kann das nur meine Nähe gehen? An der Mauer da oben ist ein Zugang. Den haben sie wohl installiert, als das Ei das Gebäude übernahm. Den Zugang kann ich nicht nutzen. Es sei denn, ich will mich wirklich dringend schnappen lassen. Aha. Okay. Aber jetzt sehe ich das Ding nicht mehr. Nicht richtig sagen. Oh Gott, wieso sehe ich jetzt das nicht? Miras App. Eine Tarnung und ein Sniffer. Ja, das ist schon gut. Also, jetzt muss ich eine Zange suchen. Ich stehe weder auf Autodiebstahl noch darauf, die nächsten zehn Jahre in einem Arbeitslager zu verbringen. Das Ei am Himmel erinnert Sie. Erumlungern und unerlaubte Versammlungen sind in Gebieten unter der Verwaltung des Ei streng verboten. Hey, geht wo muss das da oben getragen sind? Soll das nicht ein? Sonst da unten sein? Ja, aber wollte ich nichts sagen? Jetzt sterne, dummer! Ja, das ist sicher im oberen Stockwerk. Ja, ja genau. Das ist hier im oberen Stockwerk. Da ist noch recht klein. Ja, jetzt ist da gesperrt. Ach, Mann! Jetzt ist die ganze Stadt-Tür-Säcke. Ist das auch jähmisch, meine lieben Leute? Jetzt kommt es plötzlich wieder. Wieso kommt es wieder? Ich glaube, sie symbolisieren den Griff nach der Sonne. Oder vielleicht auch ein Basketballspiel. Ach, da kommt es wieder so. In der künstlichen Sonne von OCG gibt es einen Netzzugang. Genau wie alle gesagt haben. Also dann? Los geht's! Erstes Konto eingeloggt. Geschafft! Das erste Datenpaket wird heruntergeladen. Scheiße! Eine Warnmeldung von der Tarnung. Ich muss mich auslocken. Ich habe... 37 Prozent? Oh. Na schön. Ich muss einen anderen Zugang finden und das zweite Konto nutzen. Oh! Oh, sorry! Da oben nicht noch eins. Was? Ja, jetzt muss ich noch mal einen Sturm da oben klettern. Hahaha! Meiden Sie bedrohliche Bewegungen. Schlechte Gesellschaft. Meiden Sie unautorisierte Versammlungen. Demonstrationen sind ein Werkzeug des Terrorismus. Ah! Ah! Queenies Arms Boot! Moment mal! Auf Queenies Boot gibt es einen versteckten Zugang? Sonderbar! Wer hat denn bitte eine eigene Singularität? Ihre Singularität kann ich für den Datendownload nicht benutzen. Ich will nicht riskieren, dass Queenie da reingezogen wird. Ja, also! Da! Und was mache ich jetzt? Ich weiss nicht, was ich jetzt machen soll. Jaaa, liebe Sissi! Oh, schau mal, der Schweissbott ist wieder... Die Karte! Hol dir deine Karte! Die Karte! Läu! Warum rausgehen toxische Luftarten... Aber das wäre hoffentlich zu mir schon... Ich werde nicht anstrengend. Und bitte nicht die Menschen... Die Bälle? Hä, was macht die da? Irgendetwas ist sowieso noch mit denen... Ah, schau her! Bleiben Sie sicher! Bleiben Sie da! Etwas ist sowieso mit den Türmen! Alles still. Ich höre nichts. Vielleicht kann Krähenbäu mir zeigen, wo alle Türme in Propast sind. Fühlt sich kühl an. Ich sollte mal auf die Touristenkarte sehen. Das Mädchen ist durch die Luke nach unten gestiegen. Da ist eine Vertiefung an der Seite. Aha. Das ist so ein Rundum. Mit einem Symbol. Okay. Bleiben Sie sicher! Bleiben Sie drin! Bleiben Sie in Verbindung! Bewegt sich nicht. Das ist ein Schloss. Ich glaube, um das Ding zu öffnen, brauche ich das richtige Werkzeug. Ah, so. Okay. Ah! Okay. Aber jetzt können wir noch gerade durch die Zange weiterfahren, weil davor ist noch gerade aus Serix. Ich muss irgendwie dann bei allen Tönen schauen. Oh, schau aus! Oder in zwei zu einem. Eben oder in zwei! Joga. Schauen Sie der folgenden Durchsage genau zu. Sofern Sie da außen nichts zu tun haben, kehren Sie bitte zurück in Ihren Büros oder Wohnungen. Wer ist da oben? Ah ja. Und sollte ich in den Turm noch schauen? Da ist so ein Summen. Klingt wie Elektrizität. Oder wie ein Ventilator. Vielleicht kann Crenboy mehr zeigen, wo alle Türme in Propast sind. Ja, wie sind alle Töme? Ganz warm. Fast heiss. Ich sollte mal auf die Touristenkarte ziehen. Ja, alles ist ja gut. Aber jetzt kann ich da wieder nicht durch. Das ist doch mühsam. Oh Mann. Erholungen und unerlaubte Versammlungen sind in Gebieten unter der Verbindung. Die 3000 Mal durch den Stadthof. Ehrlich? Das ist gerade ein bisschen mühsam. Das ist der Zugang. Ein Zugang befindet sich am Fuss des Woti Logos. Leuchtet ein. Also wie viel 100%. Äh. Äh. Ja. Und jetzt ist das nicht angekommen. Hey. Und nochmal von vorne. Einloggen. Herunterladen. Und nichts wie weg. Gut. Einen muss ich finden. Ein Zugang noch. Dann sollte ich alle Daten komplett haben. Dann hat es noch einen. Ja, das ist doch nicht da. Aber dann muss ich runter dürfen. Weil dort ist gespät. Ja. Ah, das ist jetzt aber der, der drang. Jetzt bin ich auch drang. Ja. Ich habe eigentlich durch den Stadten müssen. Hm. Hahaha. Ja, ja. Das sind die Tiere hinten noch. Das Ei am Himmel beobachtet Sie, damit Sie es nicht tun lassen. Ja. Helfen Sie uns Ihnen zu helfen. Bleiben Sie drin und leisten Sie allen Anweisungen. Da drin ist ein aktiver Zugang. Okay. Seltsam. Ich habe noch nie jemanden dieses Labor benutzen sehen. Ein letztes Mal. Ich kriege schon Paranoia und sehe überall Warnsignale. 97%. 98. Geschafft. Ich habe alles. Juhu, Zoe. Haha. Scheiße. Alles verschlüsselt. Genau wie Mira gesagt hat. Tja, ich habe keine Wahl. Ich muss wohl wieder zu Mira gehen. Also. Hey, wie das. Hahaha. Gut. Jetzt will ich noch heute schauen. Dort oben sind einmal auch gleich so. So, eh. Röhren. Sie müssen noch einmal in die Däume gehen. Ich muss dann noch einmal in die Däume nehmen. Ich kann jetzt in die Däume gehen. Danach kann ich nichts machen. Ja. Hey, hast du dich verirrt? Kein Problem! Warum so rum? Ich kann dich an jeden Ort in Kupac dirigieren. Tagchenpartner, wohin soll es denn heute gehen? Äh, Lüftungsstück. Es wäre sehr hilfreich. Hast du eine Karte der Lüftungstürme in Propast? Weißt du, diese gestreiften Türme, aus denen Dampf quillt? Es gibt sie überall. Immer langsam mit den jungen Pferden, Cowgirl. Deine Frage wird bearbeitet. Lüftigste, ne? Ach so, du meinst das KSN. Das... was bitte? Das alte kabellose Stromnetz, KSN, das haben sie vor Jahren stillgelegt. Die Türme sind noch da, aber nicht mehr aktiv. Und warum kommt dann der Rauch raus? Ach, das mit dem Rauch ist ganz einfach. Das ist immer so, wenn man ein Loch in den ollen Boden von Propast macht. Wenn ich du wäre, mich würden die Türme mehr interessieren, aus denen kein Rauch kommt. Aha. Okay. Okay. Kannst du mir eine Karte von Propast schicken mit all den, äh, KSN-Türmen drauf? Verbindung zum Creenboy hergestellt, Partner. Eine Touristenkarte von Propast. Bitte sehr. Danke schön. Ich hoffe, du erreichst ein... Tipptopp. Tipptopp. Zeig mal. Also, das ist der Tonne gewesen, eh? Jetzt muss ich überall... die ganze Stadt. Bleiben Sie drin. Angeschlossen und sicher. Der hat das Symbol der Ecke, das habe ich nicht mehr gemerkt. Da ist noch einer. Nö, gar nichts. Nicht ein Ton. Gut. Das Ding ist kalt. Ist da hier? Oh, das war das Symbol. Es ist da überall Symbol. Hier, herauf. Es gibt mir ja ein Rätsel. Ist das aktualisiert? Ja. Jetzt ist es aktualisiert. Da links hinten. Also, gut. Jetzt muss ich da. Da hat es noch einen. Anscheinend. Nichts. Oder? Aber der hat... Der hat... Da... Der hat nichts. Weil der ist aktiviert. Dann kann ich nichts machen. Oder? Amal. Ich finde einen weg in die Lüftungstürme. Jetzt da ganz am Ende sollte da noch einer sein. Und eine Durchsage gilt Ihrer Sicherheit. Agenten des Ei sind zum Einsatz lebensgefährdender Gewalt befugt. Meiden Sie Gruppen. Bleiben Sie sicher. Drinnen an ihrer... Agenten des Ei sind sie lebensgefährdender Gewalt befugt. Tiptop. Ja, ja, da... Wenn wir mal so weit sind, fängt es dann nicht mehr. Fühlt sich kühl an. Ist da? Ah, so ein Viereckli. Ok. Aktualisiert. Zeig. Ja. Jetzt ist es... Jetzt muss ich dir die ganze Stadt noch einmal schlagen. Sie sagt es. Alle Mitarbeiter des Aiwohnen einzig... Zu ihrer Sicherheit anbögen. Müsse. Anordnungen sind auf der Stelle Folge zu leisten. Kein Widerstand. Keine Fragen. Jetzt da oben sollte es drei haben. Ich bin der ballernde Grill Cowboy, der aus allen sechs Leuten feuern und Karten lesen kann. Kiep! 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 Es muss sehr heiß sein, da unten. Also... Äh... Nicht das. Nicht das! Ähm... Das... Ähm... Und der aber nicht. Zu dem Tag. Aber die... Die wollte ich nicht... Ah... Die, die aktiv sind, kann ich nicht schauen. Da hat es noch einen inaktiven. Ah... Da ist etwas. In der Luke steckt etwas... Kiep! Ah... Das war ein solcher. Also... Äh... Einen mit... Mit dieser Form. Zeig mal. Äh... Einen mit... Äh... Ah... Das ist der mit dem Symbol. Ah, ich weiss wo das ist. Ich weiss wo das ist. Das ist da oben. Jetzt kann ich sicher mit dem Symbol. Und das ist zwar gewesen. Hier oben. Ja... Bleiben Sie sicher. Bleiben Sie sicher. Ja... Steigen ab. Und nicht decken die Mecken. Ist ein solcher. Ja... Strassen sind gefährlich. Meiden Sie Strassen. Gruppen sind gefährlich. Meiden Sie Gruppen. Okay... Weiter gehen. Hier gibt es nichts zu sehen. Ja, ja... Ich bin schon unterwegs. Die neue Dream Machine von Watier... Das Leben ist drüben. Und ohne Sinn. Also Leute. Äh... Ist das hier gewesen? Nein. Jetzt laufe ich sicher schon wieder vorbei. Nein. Weiter vor ist es gewesen. Weil sie ist mir ja... Abgesäcklet. Schauen Sie mal hier. Bis bald dann. Da im Ecken vor ist es gewesen. Ich bin niemand. Das ist eine kluge Entscheidung. Ja... Hier. Kein Widerstand. Keine Freiheit. Also meine lieben Leute. Das wird so sein. Dass ich da hineinkomme. Aber ich mache da gerade auch die Tür gerade. Und im nächsten Part. Gehen wir schauen was da unten ist. Okay. Bis dann. Tschüss. Es ist ja gleich gemein. Ich weiß es. Bis zum nächsten Mal. Das. Und jetzt. Ich gucke Sie trampisch. Das 과� sagen wirern solo. Ich gucke, singlos ist. Ich gucke weiß Sie nicht. Hey Mr. Ica, ma perché non provi a farti passare singhiosso?